Schweizerdeutsch So jetzt haben wir es wieder auf Deutsch So muss das Schnell schlafen gehen bevor der Prof kommt Wer hat Angst vorm Prof? Niemand Niemand Wenn er kommt Lauf wieder vorn Nee pen Musik 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 So, versammelt euch, Avengers. Wo ist denn der Modi? Ein Prof. Hüpft da rum. Die Feier ist ausgeschaltet. Ja. Zum Glück. Sonst hätten wir uns schon wahrscheinlich 20 mal in der letzten Folge alleine gegenseitig gegillt. Ja. Oh, was hast du da unten? Da geht es aber ziemlich weit runter bei dir. Es geht bisher auch nur runter und da hört es auch auf. Ja, ich habe auch neuen Shader drin. Vielleicht den Skin jetzt nicht jede Folge ändern? Das könnte ein bisschen verwirrend sein für die Zuschauer. Da steht ein Name oben drüber, das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, trotzdem. Ja. Aber ich bleibe jetzt bei dem. Mein Skin ist noch derselbe oder habe ich aus Versehen Steve reingemacht? Ne, du hast immer noch deinen. Nein. Nein. Okay, Prof hat einiges gemacht hier. Ist das zwischen den Folgen entstanden? Zwischen den letzten 5 Minuten entstanden. Also in der letzten Folge oder? Nein, gerade eben in den letzten 5 Minuten. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Als du dich schon eingeloggt hast und während du dich schon eingeloggt hast und hier. Ja. Boah. Ich bin doch bei meinem Dirt-Haus und Prof hat hier schon eine unterirdische Mine. Ich habe auch eine Mine. Du hast nicht nur ein Lagerhaus. Für mich ist das nur ein Lager, genau. Und ich habe diese kleine Dreckshütte. Das Profskeimer. In Wirklichkeit ist das Profskeime ein Pornokeller. Das ist da. Nein, der ist viel zu klein dafür. Wer braucht dafür einen Keller? What the fuck? Dafür hat man eine Festplatte. So tief wie es da runter geht. Ja, aber du brauchst doch einen Keller für deine ganzen Festplatten. Ja. Um Bitcoins zu meinen. Den Scheiß hoste ich direkt bei Amazon auf dem Server, was? Oder so. Ja. Holzi, 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 holzi. Ich mache den Baum. Ich kasse diese Bäume. Ich mag den Baum, der bei oben drauf steht. Geiste wachsen und abzubauen sind, lubidibu. Ich brab nicht erstmal das. Danach brauche ich dringend Kohle für... Ist dein Zweck schon fertig? Ist dein Zweck schon fertig hier? Was für Zeug? Dann fällt's. So, was weißt du denn? Ja, das hatte ich. Das selber lief ja. Glaube ich. Oh, jetzt bin ich zu spät. Ich wollte was klauen. Ich habe nichts. Schau mich mal an. Ich glaube, ich werde jetzt als erstes mal den Dirtblock... Ich werde mir Holz holen und den Dirt-Hausblock durch Holz ersetzen. Und dann... Dann baue ich mir alles raus. Ja. Ich habe mir auch schon ein bisschen was angeguckt. Gibt es ein paar Anleitungen, wo man... Wie man hier zum Beispiel die Kirche bauen kann und so. Auch mögliches Ziel ist. Du baust nach Anleitung? Nö, bisher nicht. Aber bisher habe ich auch nur ein Dirt-Haus gebaut. Bisher ist es ein riesiger Kasten mit einem Baum oben drauf. Aber ich finde es keine so schlechte Idee. Ich meine, das ist... Wenn man... Mangelt einem überhaupt nicht an den Baum. Ja, das stimmt. Haben wir eigentlich schon Lava irgendwo? Aber den Baum... Ich habe, weil ich runtergegangen bin mit meinem Schacht. Also genau zwei Blöcke unten drunter ist Lava. Okay, cool. Also, falls du welche holen willst, kannst du da gerne runtergehen. Mit welcher Taste öffnet man nochmal das Inventar? Ja, dann baue ich mir gleich meinen Standard-Generator... Steingenerator hin. Eichenholzbrett habe ich 26. Das ist gut. Den Cobblestone-Generator so unnötig. Ja, aber meiner sieht zumindest gut aus. Leider kann ich den Baum, der auf meinem Dörthaus drauf ist, nicht benutzen. Aber der ist leider das Falschholz. Boah, Eichenholz. 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 Was ist denn? Warum ist es denn? Oh, ne Böcke. Schagelt. Das ist dann natürlich ungünstlich. Uh, ein Enderman. Nein. Mit einem krassen Enderman. Nein. Dann baue ich hier alles ab. Ja, stimmt. Mob-Griefing habe ich ja an. Aber naja. Und wie läuft es bei euch so? Ja. Ich habe meine Laterne in Lava geworfen. Ich bin im Dunkeln und finde nichts. Ich ersetze kratzt durch Holz. Ich habe keine Rolle dabei. Scheiße. Ich muss neues Holz holen gehen. Das ist ja erstmal meine erste Mission. Scheiße. Das habe ich jetzt dabei. Und wieder ins Hölzhaus machen. Dörthaus zu Hölzhaus machen. Ich hoffe, der Baum bleibt dann. Ich sehe hier absolut nichts. Bleibt dann. Bleibt dann der Baum drauf stehen. Oh Gott. Wenn du den Brot und den Füßen weg siehst, der bleibt immer noch stehen. Kann schon der Deko bleiben. Oh. Aber ich befürchte mal, dass der Serpi wenn er jetzt hier neu kommt, ist neu dazu kommt. Und nicht der, der schnell aufhören holen wird. Und nicht der da sein. Ich werde immer der da sein, der am wenigsten weit voran ist. Deutsche Sprache. Das ist manchmal schwierig. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe gerade Lava geholt, habe mich dabei selbst angezündet und meine Laterne weggeworfen. Das ist ja mein Fortschritt. Ja. Ich bin übrigens sehr dankbar dafür, dass Feuer keinen Schaden macht. Feuer macht keinen Schaden? Im Moment nicht. Ich glaube, dass irgendwas... Mach's mal an. Mach's mal an. Wenn wir einen Lava fallen, dann wollen wir das auch bitte ordentlich. Und ich tun verrecken. Das muss und das soll man das auch machen. Das ist aber. Ich will auch bitte ordentlich qualvoll verrecken, wenn ich in Lava reinfange. Oder... Die schöne... Die schöne zweckige Feld... Ähm, okay, der Baum... Der Baum ist unendlich, Prof. Der Baum ist unendlich? Ich kann den Baum nicht abbauen. Äh, wo bist du? Hier, hinter dir. Hier. Da. Äh, ja, ich glaube, du hast die Spawn Region. Da ist... Mit einem Umkreis von 16 Blöcken kannst du da nichts abbauen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, ich brauche aber Holz. Okay, ich gebe dir einfach die Möglichkeit, dass du es abbauen kannst. Ähm... Das ist seltsam. Jetzt kannst du aber abbauen. Ich brauche Holz. Ich brauche Steinen, denn nicht scheiße aus. Nicht cheaten, ich sehe das in der Konsole. Du hast jetzt nämlich Operator. Ja... So sehe ich aus. Als ob ich cheaten könnte. Kennst du überhaupt Codes? Ja... Okay, das... das sagt alles. Ich glaube, da brauchst du dir keine Angst zu haben, dass ich hier irgendwas schieße. Ich habe einen dedizierten Klopf in meinem Webinterface für den Server, um Leute mit Blitz zu erschlagen, also... Wirklich? Ja! Ey, das ist geil. Das Hosting-System hat das ernsthaft. King in die Pfanne mit einem Blitz erschlagen. Na dann... Man merkt dem ganzen System an, dass es von Leuten geschrieben ist, die Bock auf Minecraft haben. Tja... Jetzt habe ich 26... Wie viele Bretter kann man aus einem Baumstamm machen? Ein Baumstamm sind vier Bretter. Ja. Okay, dann dürfte es gleich reichen. Dann müsste es... ich glaube, das reicht dann gleich für... Ja, du müsstest sehr viel haben. 32 Baumstamm habe ich jetzt. Das reicht hier erst mal. Wo brauche ich das hin? Ich würde sagen... Okay, Sprintstost habe ich verfehlt. So, dann Craft Mama Bretter. Oh, hallo Enderman. Nicht anschauen. Das kennt... das weiß ich schon in Minecraft. Was der Enderman jetzt nicht anschauen sollst. ich hoffe der trägt jetzt nicht mein ganzes haus ab okay ich habe jede menge holz daraus lassen sich noch einige sachen bauen und ich sehe gleich ob mein ich habe meinen beteilig voll das wäre vielleicht keine schlechte idee mit kisten bauen die drei ok ich habe jetzt 264 aus text an holz eigentlich nur als praktischen übertrieben also eins noch jeweils wie macht meine kiste mit holz nicht einfach alles einfach den kompletten rand und in der mitte einen frei ja ok jetzt wirst du schon hinkriegen das ist nicht so komplex ich glaube an dich zwerge fast ja ja also kiste heißt zwar truhe aber egal hohe kiste alles relativ und da ist so viel zu 902 ist ja mein generator funktioniert perfekt die wichtigen dinge im leben ja und ich habe jetzt einen schönen brunnen vor meiner haustür und noch eine dritte kiste und eine vierte kiste kann man zwei große draus waren soweit ich weiß ja ich glaube ich so kisten ich habe sogar noch kohle das heißt ich kann mir sogar eine fackel machen dann verstauen wir mal unser zeug ich hatte einen enderman ja da ist die sport wegen regen abgehauen in irgendwo eine unzuirrte schule wahrscheinlich in meiner unter meinem haus wer weiß so hier erstmal bruchsteinen platzieren bruchsteinkiste ich mag den soundtrack irgendwie ich habe mir überlegt ob ich musik einspiele im let's play dann aber ich bin ich bin ein freund von minecraft musik im hintergrund ist zwar meistens still aber es ist dann dass wir gucken dass wir mal ein paar von den platten organisiert hier im spiel ich finde die schlicht die musik ich weiß nicht einige mögen das vielleicht nicht aber ich habe das versucht bei den ersten vier parts die ich schon geschnitten habe ich versucht musik drunter zu machen aber das war mir zu blöd weil dann zwischendurch immer doch noch musik kommt von minecraft also endlich die musik aus entweder musik aus und meine musik im schnitt an oder 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 du schaltest musik in minecraft aus um minecraft musik der wieder einzuspielen ja aber ich mag die minecraft musik die in game läuft sie mag die in game musik ja meine ich ja dass die in game musik im endeffekt ausmacht im spiel nein nein noch ein hexer verdammt 1 2 3 kartoffelbrei oder so ähnlich und weil ganzes zeug ist ah es ist noch da zumindest so ein bisschen ah scheiße und kirchenfahrzeug er hat zumindest keinen großen schaden angerichtet scheiß wieder hier ich mag das so ich lass das minecraft pur ordet ist von hexen mit magie getötet wurde sehr schön typisch auch sind was nicht die hexen oder doch bei mir stand hexen bei mir stand hexen dann war der letzte schadenssatz wollte doch noch von der hexe anscheinend wahrscheinlich ich muss wirklich meine schwert besuchen so jetzt wird erst mal wird mein haus aus holz machen zu meinen ersten mission hier ich arbeite hier wahrscheinlich immer noch an meinem bedürthaus während während die anderen hier schon ein paar liste gebaut haben ich bin mit dem brunnen beschäftigt aber was soll es ich will es sehr gegen schwarzeichenholz biome finden es ist ja hier kein wettbewerb das geht ja hier nicht darum wer hier ich auch mal das verdammte ist auch ganz gechillt wir wollen hier ganz gechillt und so zu sein irgendwann wird dann irgendwann wird dann doof draußen dann auf den berg es geht ja hier nicht so ums gewinnen werden in der reichweite eurer betten ja na dann naja geprasselt wollte schon ins bett gehen oder was das ist nacht oh ja ich wurde von der hexe umgebracht äh tja ist von hexen mit marie getötet worden so ab ins bett sehr schön und es regnet immer noch zum blödsinn jetzt habe ich nur lang genug gedauert von was und kippen wie jetzt nicht das lied nein und meinte das creeper genau das ja das kann sich bei mir gerade nicht festsetzen weil ich das neueste album von mister die mir momentan im loop anhöre aus dort haus voller holzhaus und ich planiere hier den berg viel spaß das wird lange macht vielleicht macht sich den übrigen werden hat er macht den bergen möglichen märkte dumm kaputt ich habe dann im jahr ich mache hier ich mache mir jede fläche will ich hier bauen kann dass ich nämlich eine idee was wir das hätten machen können und es nicht kaputt gemacht hätte ist hätten wir den daten oder den millionen falken darauf bauen können der sauf schon so schön aus der sah so schön nach millionen falken aus star wars der rasende falken auf deutsch ich weiß aber nicht was für ein werk ich habe hier nur einen haufen stein gesehen die grüder na danke na danke denn meine haus fassade eingerissen ja das glas ist jetzt eigentlich geht an du stehst ich wollte sie neu bauen wo ist mein holz sehr frustrierend ich fahre ihn gerade entlang und suche nach schwarzeiche ich baue neues fahre sand für neues glas das ist scheiß creeper das ist noch ein bisschen dürt das klingt doch gut ich habe jetzt ich bin ich bin immer noch so zu scheiße zum bauen hier ich stelle die blöcke wohin wo sie nicht hingehören das ist auch wenn er ehrlich ich nehme mal weizen mit hier ich habe ja so 23 jetzt habe ich noch gar nicht da müssen wir müssen auch mal daran denken dann benutzt man ein feld wächst doch schon wieder weizen ja ich hau gerade die 58 samen raus ich brauche auch dringend ein fass für die für die weizen samen fass für weizen samen natürlich ich mache die immer als fass oder ein komposter wäre auch nicht schlecht der aus amana ist der komposter blumenwiesen bio nice komposter ich könnte kette machen aber ich kann keinen scheiß komposter machen oder erkenne ich den nur nicht was wie kennst du nicht ich bin bloß nicht gesagt ich kann nicht bauen bienen muss mein kopf die erst mal eine neue lernen das ist ja kann das alles noch gar nicht hier dabei bin auch völlig genug sie brüche auch gerade an meinem dort holz haus heißt denn das ding welches ding oh hübsches ding erst mal ein lecker was grillen und dann geht es weiter hast du dir eigentlich bei mir hat sich gerade der himmel verdunkelt und es fängt an zu gewittern ok cool sehr schön bei mir ist strahlender sonnenschein wenn ich nicht mehr zu hören bin dann ist das team gebrochen hat sie haben mit seinen schlagen so echte welt wir in echten wird dachten wir schon so gerade höher ist die synchronisierung in minecraft kaputt mit minecraft ist sonnige ist doch nicht ich bin zwar gerade drinnen aber draußen sieht so freundlich aus ok ich habe den komposter hergestellt aber eine rl krasse zieht gegen meine scheiben bei mir sieht es nicht dolle aus aber gut genug gleich schnell kann ich nicht vielleicht auch mal gut ich habe gerade ein paar schwein und kühe gekloppt und sie dann weiter kann man schwein kann man vielleicht kann man kann man vielleicht zu klätzen verarbeiten zum lücken mache ich mir da mache ich mich aus da mache ich mein haus auf aus fleisch aus fleisch aus klingt sinnvoll jetzt kann ich die komposter machen nachdem ich den gemacht habe was ist denn das ist noch gerade ich brauche das haus auf jeden du stehst in flammen der funke ist über gesprungen was zum hinkern lasst den mann singen wenn er singen will es singt der chor am kanonen rohr rabimmel rabammel kabo ich musste durch gleich mal nicht anmachen bei mir in der wohnung in real life so ziemlich düster hier so schlimm draußen geht die welt unter wie gesagt bei mir strahlen der sonnenschein wo zweitens bretter du bist ja auch am anderen ende von deutschland moni ja es hätte ja sein können dass wir auch gemütet das kann ich hingekriegt die tür zu machen ich bin zu unkompetent zum minecraft spielen so noch ein bisschen holz abarbeiten ich glaube ein haus sollte ein baum sollte erstmal reichen ich komme erstmal hier mein haus ab wieso brauchst du dir ein haus ab das scheiße aus extrem störter scheiß haus das kommt später ich habe leider noch nicht genug eisen für den kessel das kann man leider auch nicht machen scheiße zu blöcken verarbeiten ein scheiß haus draus machen nicht ohne mods wir brauchen mods nein ich finde mal zu machen also mods die blöcke und sonst was hinzufügen machen im endeffekt das grundprinzip einfach kaputt ja finde ich auch es blitzt und standards gerade dadurch dass man halt die einschränkung hat und gucken muss wie man damit umgeht ist ja das interessante steht noch ich höre ich noch sehr gut wie man vodafone kennt ich bin ja bei vodafone leichtes gewitter leichtes gewitter irgendwas zeit kaputt bin aus gründen der firmen zugehörigkeit meines mitbewohners bei der telekom vodafone ist ja bekanntlich aber dann kriegt er zumindest guten service oder beziehungsweise er kann die probleme selbst lösen er arbeitet in der entwicklungsabteilung er hat auf jeden fucking router in deutschland direkt zu schalten okay das ist natürlich ein vorteil sollten wir ihn nicht verändern er kann im endeffekt jedes jedes zugangssystem bis hin zu einem router also jetzt nicht den router selbst aber alles was davor hängen kann er gucken wie sind leitungslängen was für systeme hängen drin und wie werden sie gerade gesteuert wie sind sie belastet wir haben nicht ganz doll lieb der ist noch azubi wir haben dich ganz doll lieb ist es warum wundert mich nicht dass die telekom so was mit anvertraut er ist seit langer zeit der erste der wieder in diese abteilung überhaupt rein darf so ich brauche zwei glas hat jemand glas ja aber ich bin nicht in reichweite und schon mehr schon sand eine höchste spitzhacke ich bin gespannt ob es noch mit dazu kommt bestimmt auf da meint er würde spätestens gegen 19 uhr es ist auch erst 19 04 gegen 19 uhr ist normalerweise so um halb neun morgens genau ich wir